menschen in münchen wird ihnen präsentiert von der lejeune akademie münchen menschen in münchen mit jörg van hoven willkommen liebe zuschauer zu menschen in münchen heute freue ich mich auf einen rundgang mit oberbürgermeister dieter reiter grüße reiter warum ist es für münchen wichtig die sozialdemokratie in der stadt zu befördern naja ich glaube dass die sozialdemokratie gerade bundesweit deutlich unter wert unter stellen geschlagen wird selbst politische gegner und mitkonkurrenten finden das dass es nicht angeht dass die spd gerade irgendwie im knapp zweistelligen bereich in den aktuellen umfragen herum dümpelt und ich glaube dass deswegen in den kommunen bewiesen werden muss dass sozialdemokratie auch eine umsetzbare politik ist und die wir in den kommunen der durchaus erfolgreich betrieben haben und betreiben deswegen glaube ich wird es auch in münchen nicht so ausgehen dass wir hier ein ähnlich katastrophales erlebens haben wie im bund oder im freistaat bayern ja bin ich ziemlich sicher ich meine sie machen das ja jetzt als oberbürgermeister seit knapp sechs jahren und es ist ja eine eine ja ein zusammenarbeiten mit der csu die zwar immer mal wieder die zusammenarbeit hat zwar immer wieder geholpert hier und da aber aber sie haben es irgendwie hingekriegt dass sie gehalten hat diese dieses dieses bündnis warum hat es gehalten ja weil ich glaube dass wir die wichtigen dinge bis auf einen kleinen teilbereich der sich jetzt am schluss herauskristallisiert hat das thema verkehrswende und verkehrspolitik sehr sehr übereinstimmend gesehen haben wir sind uns beide sicher dass finanzpolitiker wesentlicher grundstein ist da waren wir nie auseinander wir haben glaube ich sehr solide haushalte vorgelegt mit hunderten von millionen überschuss wir haben unsere schulden weiter reduziert alles dinge die wir natürlich auch als ehemaligen finanzer sehr wichtig waren wir haben glaube ich eine sehr verantwortungsvolle sicherheitspolitik betrieben wir haben alles was gemunkelt wurde im vorfeld wir haben eine eine vernünftige sozialpolitik weiter betrieben wir haben das thema schulen in forderung gestellt wir haben ganz viel infrastruktur miteinander angestoßen was dringend erforderlich war und ich glaube dass das miteinander eigentlich ein klarer garant dafür war dass wir uns gar nicht so sehr oft gezankt haben sehr zum leidwesen der medien die von vornherein eher gedacht hätten dass es deutlich schlechter läuft ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden wie es gelaufen ist und jetzt bis zum jetzt haben wir jetzt dezember und es ist kein bruch erkennbar sondern es gibt halt jetzt mal den ein oder anderen abweichenden beschluss aber wenn sich da die alten koalitionen vergleichen da hat habe ich auch miterleben dürfen schon auch des öfteren gekracht die sie haben es eben schon angesprochen also dieses problem was die spd auf bundespolitischer ebene und auf landespolitischer ebene hat können sie denn ausschließen dass das auf die kommunale ebene nicht abfärbt oder wie wollen sie das verhindern also abschließen kann man das definitiv nicht und es ist auch nicht ganz zu verdrängen also ich habe das ja selber erlebt im landtagswahlkampf war ich ein bisschen mit einem einzelnen kandidatin unterwegs und es gab ganz viel kritik die sich aber im grunde nicht mal gegen die landespolitik als solches gewendet hat sondern tatsächlich gegen die bundespolitik und da auch nicht gegen aktuelle politik sondern da kamen tatsächlich die leute an infostand gesagt haben ihr mit eurer agenda 2010 also das hörste als sozialdemokrat wahrscheinlich noch in 50 jahren und es gab gar keine so sehr bayerischen themen die da angesprochen werden und ähnlich geht es mir im grunde auch wenn sich jemand fundamental gegen die spd wendet dann definitiv nicht gegen münchner spd-politik sondern tatsächlich gegen die politik im bund oder vielleicht sogar noch mehr über ja ich würde jetzt nicht sagen unfähigkeit aber sagen wir mal so über die deutlichen probleme bei der außendarstellung denn politisch gesehen ist die spd in der letzten bundesregierung gar nicht so schlecht gewesen wenn man denkt wie klein sie ist im vergleich zum partner haben sie dinge durchgesetzt die man nicht für möglich gehalten hätte leider gelingt es halt der spd überhaupt nicht und das muss man halt wirklich ganz deutlich kritisieren diese inhalte in vordergrund zu stellen sondern seit martin schultz aufgestellt worden ist schaffen wir es dass wir im grunde durchgehend nur noch über personal dinge reden und das ist das schlechteste was passieren kann und das erleben wir ja gerade auch fragen sie mir heute jemand was von über die spd entfällt dann sagt ihnen jetzt aktuell jeder ja das ist doch das mit der kandidatenrunde niemand sagt ihnen ja wir haben jetzt sind dabei eine grundrente einzuführen etwas was es in dieser republik noch nicht gab das ist das problem und da müssten sie deutlich deutlich besser werden die berliner kollegen menschen in münchen mit jörg van hoven motiviert geht es weiter mit menschen in münchen präsentiert von der lesion akademie so ganz konnten sie natürlich auf dem auf der kommunalen ebene jetzt hier in münchen dieses thema personalpolitik auch nicht ganz beiseite drängen es gab immerhin den fraktionsvorsitzenden der der ihre partei verlassen hat und dann auch gleich zur csu rüber gegangen ist wo sich mancher fragt wie kann man seine politische sein politischen glauben nach so vielen jahrzehnten abstreifen und dann ist eine andere dame aus ihrer fraktion auch ausgetreten ist das auch etwas wo sie befürchten dass das eventuell sich im märz bei der kommunalwahl in irgendeiner weise ausdrücken könnte naja man muss ja sehen dass es ja nur zwei waren von glaube ich insgesamt zehn oder elf kolleginnen und kollegen des mündner stadtrats die in dieser in den letzten sechs jahren die zugehörigkeit zur partei schrägstich zu irgendeiner fraktion gewechselt haben ich habe das kritisiert sage ich ganz offen und zwar über alle parteien hinweg glaube dass das dem thema verlässlichkeit dem thema vertrauen in politik einen bärendienst leistet wenn menschen die wählen nicht wissen ob diejenigen die sie gewählt haben am schluss dann auch noch der partei damit auch der politischen grundausrichtung angehören die sie eigentlich zugedacht haben das kann uns nicht gut tun und wenn es zahlen werden wie dieses mal zehn elf die diese praktisch diesen wechsel vollziehen dann muss man das natürlich schon auch sagen das muss man sehr kritisch sehen das kann nicht funktionieren wir haben einen riesigen glaubwürdigkeitsverlust in die politik insgesamt und da hilft sowas natürlich gar nicht und speziell zu alexander reißler muss man natürlich sagen dass es für unmöglichkeiten hätte dass jemand nach 45 jahr aus der spd austritt und dann stande pete zum langjährigen politischen gegner wechselt das ist schon sehr ungewöhnlich muss er mit sich selber ausmachen ich weiß nicht aber damit glücklich wird oder glücklich ist ist aber auch nicht mein thema ich bin sehr zufrieden mit meiner fraktion die diesen verlust der objektiv aufgrund der fachkenntnisse natürlich war glaube ich sehr gut verkraftet haben und sich gleich mit einem spitzenteam aufgestellt haben und dieses thema kompensiert haben da war ich sehr froh und es war wirklich nicht lange ein thema aber wie fängt man das dann intern auf da sie als chef müssen dann ja irgendwie auch ihre truppe sozusagen da noch mal motivieren wenn wenn einer ihrer wichtigsten leute weg geht naja es war ja schon so dass am schluss wir durchaus unterschiedliche meinungen und das ist ja wohl auch der grund für ein reißel gewesen die fraktion zu verlassen und auch die partei zu grundsätzlichen themen hatten wie zum beispiel das thema umweltschutz das thema zukunft das thema kohleverbrennung das thema verkehrspolitik da war er halt grundsätzlich andere haltung und hat sich offenbar nicht mehr dazu durchlegen können mehrheitsbeschlüsse mitzutragen sondern sagt dann mache ich nicht mehr mit insoweit war es gar nicht mal so schlimm für die fraktion weil sie ja mehrheitlich ohnehin also gerade in den angesprochenen themen bereichen eher anderer meinung war und wir haben deswegen auch extra ein team sozusagen ins leben gerufen weil wir das gefühl hatten dass gerade diese teamfähigkeit in der fraktion besser gefördert werden kann als es vorher der fall war und so ist dass die stimmung in der fraktion hat sich deutlich verändert ist deutlich positiver geworden als vorher war und das ist jetzt nicht die schlechteste entwicklung als letzte frage zu dem thema sie haben natürlich auch immer davon gesprochen dass sie die spd in münchen jünger machen wollen und hat er da vielleicht auch für sich keine zukunft mehr gesehen als fraktionsvorsitzender hätten sie ihn da unterstützt oder halt haben sie ihm so ein bisschen das zeichen gegeben da ist seine zeit auch abgelaufen naja wir hätten immer auf jeden fall da wenn die partei mitgegangen wäre wovon ich ausgehe einen sicheren listenplatz geboten da konnte er davon ausgehen das wusste auch das thema fraktionsvorsitz war kompliziert und ich glaube schon dass er hat der letzten abstimmung erkennen musste dass es keine uneingeschränkte zustimmung mehr gibt zu ihm als fraktionsvorsitzender wenn man also bei der letzten wahl in ein pad zwölf zu zwölf läuft mit einem mitbewerber dann kann man nicht davon ausgehen dass man beim nächsten mal dann auch sicher wieder fraktionsvorsitzender ist also insoweit wusste er das schon allerdings ist er glaube ich auch bei der c ist eine fraktionsvorsitzende wenn mich nicht alles täuscht wenn wir jetzt mal uns dem dem anderen der andere großen partei im münchner stadtrat zu wenden den grünen die ja bei den europawahlen ungeheuer abgeräumt haben hier in münchen und haben sie oder wie wollen sie dem begegnen dass also der zugewinnen der der grünen nicht auf kosten der spd geht ja ich glaube der geht schon aktuell auf kosten der spd also die ergebnisse über werder landtagswahl und europawahl gesehen haben glaube ich das sind schon viele ehemalige spd wähler dabei und das ist unser unser grundsätzliches hauptthema ganz ehrlich wir müssen irgendwo klar machen dass die spd tatsächlich die partei ist die jetzt speziell in münchen auch für das thema nachhaltigkeit klimaschutz umweltschutz steht und zwar weniger ideologisch geprägt sondern mehr pragmatisch geprägt weil das halt mein wesenszug ist ich will auch dinge haben die man umsetzen kann und die umsetzbarkeit die fehlt mir bei vielen grünen vorschlägen komplett wird auch nicht abgefragt oder bewiesen die grünen haben gerade den großen vorteil das sind nirgends regieren weder im bund noch im freistaat noch in dieser stadt deswegen kannst du natürlich getrost alle ideen laut sagen und dich dafür feiern lassen wie es umgesetzt wird musst du ja nicht erklären und das ist eines der themen die wir halt erkennen und die im bund wie gesagt im freistaat zu sind und bei uns nicht anders wir werden einfach als spd mich weniger daran reiben was die grünen wollen oder nicht sondern ich werde einfach meine vorstellung wir werden unsere vorstellung von zukunftsfähigkeit den menschen erklären wir haben es bewiesen dass wir es ernst meinen wir haben den radler entscheidung übernommen werden da signifikante vorschläge machen wir werden die verkehrs wenn die wirklich einleiten wir werden busspurnde vorgegeben da sagen die gegner jetzt von den grünen dass sie der partei jetzt alles nachmachen naja wissen sie dieses wer hat es erfunden das wir aus der werbung für schweizer kräuterzucker kennen ist nicht interessant entscheidend ist in der politik wer hat es umgesetzt laut heraus zu posarieren was ich noch alles kann spielt keine rolle wenn ich es nicht schaffe also entscheidend ist dass jemand den der partei und dem der figur zutraut dass es auch umsetzt und wir werden es umsetzen und das ist der unterschied zu den grünen meines erachtens und den werden wir klar nach außen bringen wir haben jetzt zum beispiel das thema kohle verbrennung beendet aber eben nicht so wie sie grünen erst wollten so radikal und ohne nachfrage sondern so wie man es halt darf und wie es auch noch sicher ist für die münscherinnen und müncher damit sie nicht im winter frieren müssen das halte ich für pragmatische umsetzung von solchen vorschlägen die an sich betrachtet ja durchaus richtig sind also insoweit gibt es da für mich kein abkupfern sondern wir denken hat über die themen seit jahren selber nach und machen das was realisierbar ist und was notwendig ist auf der anderen seite ist ist wohl auch über die medien natürlich jetzt auch sehr bekannt geworden dass sie mit der ob kandidatin der grünen doch ein sehr gutes verhältnis pflegen und man sich auch ja fast freundschaftlich begegnet man geht essen zusammen und und bespricht dann schon die zeit nach dem märz also wir besprechen jetzt erstmal meistens dinge die aktuell sind wir kennen uns schon seit die vorhaben schaden im startort ist wir haben uns gut vertragen da gibt es glaube ich persönliche sympathie mehr will ich mehr ist es allerdings nicht freundschaft wird es jetzt nicht nennen weil freundschaft im politikbetrieb ist ziemlich schwierig aber ich würde sagen es ist gegenseitige sympathie so interpretiere ich das jedenfalls auch und da macht es manche dinge leichter das ist ganz klar du kannst ja leichter mit jemanden dich unterhalten und auch vertraulich unterhalten wenn man sich gegenseitig vertraut dass das was man sich sagt auch unter uns bleibt und das tun wir halt und ich glaube alle ob das jetzt die grünen die spd oder die cso sind werden einen teufel tun und sich jetzt darüber unterhalten was nach dem 15 dritten passieren wird alle werden ganz gespannt darauf schauen was die wählerinnen und wähler uns bescheren werden und vorher macht es auch überhaupt keinen sinn wer mit wem und was und wieso das macht gar keinen sinn weil keiner von uns dieses wahl ergebnis und es war noch nie so schwer wie jetzt logistizieren wird können deswegen also wenn man die fachleute befragt die ja alle davon ausgehen dass sie das wieder werden weil sie sind ja